In einer Welt, die nicht nur aus Blöcken besteht, sondern aus vielen verschiedenen Welten. Jede dieser Welten bietet eigene, unterschiedliche Abenteuer. Diese Welten ergeben eine große Welt. Diese Welt ist seine Welt. Er nimmt dich mit auf seine Abenteuer. Von hohen, verschneiten Bergen bis hin zu wunderschönen Ebenen. Von kleinen Dörfern hin in die größten Städte. Ein Abenteuer ist besser als das andere. Jedes hat seinen eigenen Charme. Er will dich unterhalten. Herzlich Willkommen auf diesem Kanal. Lass uns gemeinsam durch diese Welt gehen. Begleite mich auf meinen Abenteuer. Entweder live bei einer Aufnahme oder später im Video. Deine Stimme im Chat oder in den Kommentaren kann Auswirkungen auf die Abenteuer haben. Von der kleinsten Niederlage hin zum größten Sieg. Willkommen auf Doda KLP. Mit mir, Michael Lukas und bester Unterhaltung. Untertitelung. Michael Lukas